Sie ist ja dieses angehende Model und ich finde es ganz interessant, dass Schönheit bei meiner Figur nicht so eine große Rolle spielt, so wie wir es eingelegt haben, sondern es sehr darum geht, dass sie eine Natürlichkeit hat und dass sie ehrlich ist und dass das die Faszination ausmacht, weil unsere Gesellschaft sowieso viel zu viel damit beschäftigt ist, nach einem Schönheitsideal zu gehen. Genau, macht mich die Parista-Maschine, die sind größer, oder? Bei meinem Spanischen. Achso, ich hatte so einen kleinen, zum Draufdrücken. Die Corona, alle meine Spanischen, weg. Fairerweise, was ich auch toll an meiner Figur finde, ist, dass sie sehr bösartig wird und das ist interessant zu untersuchen, die toxischen Beziehungen, die bösartigen Beziehungen, das Quälen anderer Menschen, also der mentale und emotionale Übergriff, mit dem sich unsere Gesellschaft nicht wirklich beschäftigt und unter dem viele Menschen und vor allem Frauen viel leiden. Mein Mann war auch so eine Scheiße. Der hat mich immer schuften lassen und gemeint, der macht mal viel Geld oder so, ist da nur noch ein bisschen, das ist mir echt oft ganz schön auf die Nerven gegangen, der Wichser. Also Fassbinder hat ja aus seiner Erfahrung geschrieben, also dieses Stück basiert er darauf angeblich, dass er, nachdem er selber solche Dinge erfahren hat und solche Streite hatte, in die Küche gelaufen ist und alles direkt niedergeschrieben hat oder niederschreiben hat lassen. Das ist ganz einfach die Geschichte. Papa hat viel gesoffen und war eines Tages, als hat sie zu Papa gesagt in der Firma, Herr Tim, wir sind ein Hochleistungsbetrieb und da ist für Leute in ihrem Alter kein Platz oder so, genau weiß ich das nicht, weil ich war nicht dabei. Aber ungefähr so war es und dann ist er zusammengebrochen und hat geweint und um sich geschlagen und dann ist er nach Hause und hat Mutter erschlagen und sich aufgehängt. Das ist eigentlich ganz einfach die Geschichte. Er hat halt keinen Platz mehr gesehen. Für sich und die Frau auf der Welt. Was wir anders gemacht haben, was der Film. Alles. Wir suchen sehr, was die eine Figur mit der anderen macht und umgekehrt und reagieren da viel mehr drauf, als bei dem Film. Beim Film ist es sehr, sie erreichen sich irgendwie nicht wirklich. Wenn wir uns belohnen, wenn wir uns geheimdiensten, dann sind wir uns geheimdiensten, dann haben wir uns geheimdiensten. Untertitelung des ZDF, 2020